Hallo ihr Lieben, euer Girl, es ist Jörg hier und herzlich willkommen zu einem weiteren Parfüm Review. Heute mit Hugo Boss Alive. Ein richtig tolles Parfüm. Riecht für mich wirklich nach einer autoritären CEO-Bosswoman. Wie wird sowas erzeugt? Durch die maskulinen Noten. Viel Minimum Parfüms sind immer Apfel, Zimt und sehr viele Holzernoten. Hier in der Basis finden wir nur Holzernoten. Zedernholz, Sandölholz und Olivenholz. Vieles sehr Holzer, hat aber trotzdem auch was Feminines, Frisches, Lebendiges. Das klingt ja auch live. Einfach super fruchtig und auch super süß, weil hier auch viel Vanille drin ist. Und die Vanillenote kommt richtig zum Vorschein. Wäre die nicht so super süß, dann wäre es ein Männerduft. Und deswegen komme ich halt auf diese CEO-Bosswoman. Weil, ganz ehrlich, zu vielen maskulinen Noten hast du halt sowas Strictes, Autoritäres, was Starkes. Und das ist für mich halt so wie CEO-Bosswoman. Und ich sage das nicht, weil Boss draufsteht, weil es hohe Geboss ist. Das ist einfach der Vibe, den ich hier bekomme. Ich habe keinen Duft in meiner Sammlung, der so ist. Klar, das wäre ein super süßer Duft. Ihr wisst, ich liebe halt die super süßen Düfte, die richtig auffällig sind. Aber dass das so ein bisschen mit maskulinen Noten umschmeckt ist und dass es halt so ein bisschen strikt stark wirkt, das ist eben halt nur bei diesem Duft so. Und ich muss sagen, der Duft ist sehr unique. Deswegen habe ich ihn auch gekauft. Weil normalerweise muss bei mir immer das Gesamtpackage stehen. Die Flasche muss schön sein und der Duft muss auch Weltklasse sein. Hier finde ich die Flasche echt nicht so toll. Viel zu simpel, viel zu langweilig. Aber der Duft ist nicht langweilig. Manche vergleichen das mit La Vie de Belle oder mit Libre von Yves Saint Laurent. Verstehe ich überhaupt nicht. Das Einzige, was live mit Yves Saint Laurent Libre gemeinsam hat, ist die Vanillenote. Den Jasmin. Und das war es. Weil, ganz ehrlich, klar, es hat so ein bisschen was von einer starken, freien Frau, was Libre ja auch ausstrahlt. Aber Libre geht voll in die andere Richtung. Der Duft ist viel, viel süßer. Aber nicht so La Vie de Belle süß. La Vie de Belle hat die Orangeblut, die Praline, die Birne. Alles hier nicht drin. Und deswegen finde ich den Duft unique. Ich verstehe gar nicht, warum die Leute sagen, es wäre nur so ein typisch süßer Duft. Typisch süßer Duft. Mit den Hölzern als Basenote. Nicht wirklich. Ich finde, der geht in eine ganz andere Richtung. Schreibt euch einfach einen femininen süßen Duft vor, der mit maskulinen Noten umschleiert wird. So würde ich das tatsächlich beschreiben. Haben wir es für was für Apfelstrudel? Könntest du auch in Weihnachtszeit packen? Aber ich finde, das ist ein Duft für alle Fälle. Wirklich kann man das ganze Jahr zu allen Anleißen tragen. Dieser Duft könnte dein Signature-Scent sein. Weil man den wirklich, meinungend nach, für alles benutzen kann. Außer für den Sport. Für den Sport ist es wirklich zu auffällig, zu süß. Da würde ich lieber zu fruchtigen, leichten Düften greifen. Der ist zwar auch fruchtig, aber definitiv nicht leicht. Weil eben halt die süßen Noten. Ich sprühe ihn jetzt mal. Der riecht einfach so schön. Einfach dieser Apfel, der hier vorstecht. Mit dem Zimt. Mit der Vanille. Und wenn der Duft sich zettelt, hat man eben halt diese Hölzernoten. Ich finde ihn richtig toll. Normalerweise bin ich nicht so ein Fangörder von den maskulinen Noten drin sind. Aber irgendwie ist der Duft trotzdem noch feminin und hat sowas ganz Besonderes. Ich habe keinen Duft, der so ist. Deswegen muss ich mir sofort kaufen. Ich hatte so einen Tester davon und war direkt begeistert. Wirklich so schön. Also, ich versuche das jetzt mal mit den Duftnoten zu umschreiben. Apfel, Zimt. Das ist halt wirklich so Bratapfel-Vibes mit Vanillesoße. Stellt euch einfach vor, ein Bratapfel mit Vanillesoße. Aber dann eben halt ihn streckt durch die Hölzer. Da ist nur eine Pflaumennote drin. Ein bisschen wie man mag. Jacobs Decadence. Und dann richtig mit so einer warmen Vanille umschleiert. Einfach schön. Schwarz Johannes wäre es angeblich auch drin. Rieche ich jetzt nicht raus. Aber ich kann euch an der Stelle auch mal die Duftnoten einblenden. Und dann würde ich sagen, kommen wir zur Einzelwertung. Der Duft kriegt von mir 9 von 10 Punkten. Man muss richtig Bock drauf haben, so eine strikte Bosswoman-Aura zu haben. Aber ansonsten perfekt. Ich finde Duft absolut unik. Weil er eben halt nicht nur diese typische Süße hat, sondern auch diesen maskulinen Schleier. So nenne ich das. Mit der femininen warmen Vanille. Einfach richtig cool abgemischt. Ich liebe diesen Duft. Deswegen 9 von 10 Punkten. Haltbarkeit 24 Stunden. Muss ich einfach mal hier an der Stelle sagen. Die Haltbarkeit des Duftes ist von einem Planeten. Und ich war absolut begeistert. Schau, wo ich den Test hatte. Musste ich sagen, habe ich das irgendwo dran gesprüht. Nächster Tag roch immer noch super intensiv. An der Haut auch. Hält ewig. Begleite ich den ganzen Tag. So muss das sein. Haltbarkeit wirklich 11 von 10 Punkten. Absolut krass. Eine der stärksten Düfte, die ich habe. Feier es. Und die Siash ist auch ziemlich stark. Ich kann den Duft dahin irgendwo hinsprühen. Und ich rieche ihn. So stark ist der Duft. Haltbarkeit. Also Siash. Der Duftschleier ist definitiv 9,5 von 10 Punkten. Es ist jetzt nicht super raumfüllend, aber es geht definitiv in die Richtung. Der Flakon. Habe ich eben schon drüber gesprochen. Ich finde den echt nicht gut. Hey, alive. Wieso ist das alive? Ist einfach nur langweilig. Ich würde den Flakon noch mehr hassen, wenn er hier nicht golden wäre. Das sieht halt actually ganz cool aus. Der mit der Cap. Steht auch noch mal Boss drauf. Aber es ist so langweilig, Mann. Hier steht einfach nur alive. Da hilft die Goldschraffur auch nicht. Es ist doch echt nicht alive. Klar, der Duft riecht nach einer strikten CEO-Boss-Woman. Vielleicht ist er deswegen so strikt, simpel, langweilig gehalten. Trotzdem finde ich den Flakon echt nicht toll. Nee, der Flakon ist nicht so meins. Der Flakon ist 5 von 10 Punkten. Preisdurchsoweitend ist okay. 50 Euro gezahlt für 50 Milliliter. Da der Duft sehr stark ist, wenn man gar nicht so viele Sprays braucht wie ich, sollte er es eigentlich ziemlich lange halten. Ich finde das Preisdurchsoweitend ist okay, weil man bekommt wirklich einen sehr starken, coolen, uniken Duft, der wirklich alles wegflegt. Wirklich. Der Duft ist stark. Von daher 8 von 10 Punkten für Preistestung. Jetzt schauen wir uns natürlich an, wo man diesen Duft tragen kann. Wie eben schon erwähnt, für mich ist es ein Signature-Cent. Kann man überall tragen, für jede Situation, für den Alltag, für das Büro und meinetwegen noch für ein Date oder für eine Party. Weil Duft ist stark genug und auffällig genug, damit anderen starken Party-Dürfen mithalten zu können. Vielleicht ein bisschen strikt für eine Party, aber wenn man eben halt so das Girl ist, was Du so ein bisschen ausstrahlen möchtest, dann ist es perfekt. Wenn Du irgendwie nicht so typisch girly, auffällig gekleidet bist, sondern ein bisschen schlichter, strikter, dann kann man den Duft auch perfekt auf Party tragen. Und es streicht dann ein perfektes Outfit. Als ich auch meinen Duft nicht tragen kann, ist halt beim Sport. Einfach viel zu süß dafür. Manche würden mich wahrscheinlich erfüllen, wenn ich sage, kann man ein Büro tragen. Aber für mich ist es halt so ein strikter CEO-Duft. Und es passt auch perfekt ins Büro. Von daher ein Duft für eigentlich alle Fälle. Für welche Jahreszeit ist der Duft? Ich würde auch sagen, für alle Jahreszeiten im Winter glänzt der Duft durch die Apfelstrudel-Vipes mit Vanille. Aber im Sommer finde ich es da auch cool. Weil auch ein bisschen was Frisches, Lebendiges, Aufmunterndes hat. Irgendwie ist der Name im Programm. Alive. Man sprüht den Duft, man ist wach, man ist im Business und man ist einfach da. Und ich finde, im Grunde passt der Duft in jede Jahreszeit. Von daher, wieder ein Multitalent. Jetzt ist natürlich die Frage, welches Girl trägt den Duft? Jüngere Girls oder ältere Girls? Das ist halt schwierig zu sagen. Ich kann mir wirklich kein Mädchen darunter vorstellen, die irgendwie jünger ist als 25. Weil für mich ist der Duft nicht verspielt, nicht girly genug, dass jetzt irgendwie, ja, nicht jüngeres Girl diesen Duft trägt. Für mich 25 plus. Es ist halt eher so eine Businessfrau-Richtung geht. Aber, ja, kannst du den Duft natürlich auch als 14-jähriges Mädchen tragen, wenn du den Duft magst. Nur, ich stelle mir eben eine Frau darunter vor und so eine CEO-Boss-Woman ist definitiv nicht 25. Abschließend kann ich sagen, bekommt es bei vielen von mir 9,5 von 10 Punkten. Super vielseitig Einsatzfahrt, eine Bombsiage, hat eine richtig geile Ausstrahlung, hält ewig. Und für mich ist der Duft unique. Du bekommst den Apfel-Zimt, fruchtiger Apfel, schöne Zimtnote, umhüllt mit so einem hölzerm Mantel, schon fast maskulin. Aber dann hast du eben halt diese feminine, süße Vanille. Macht den Duft für mich super unique und einfach nur toll. Hater bei Seite. Es gibt echt viele Leute, die den Duft nicht mögen. Sag ich so, ach, ein weiterer langweiliger, süßer Duft, der ist nicht langweilig. Der ist verdammt nochmal interessant. Der ist mal was Neues auf dem Markt. Ich feiere den Duft. Falls ihr es auch tut, schreibt es gerne in den Kommentaren. Falls ihr irgendwo den Gewoss-Duft schon mal getestet habt oder auch hier den Live, würde mich das natürlich interessieren. Und dann sehen wir uns wieder am nächsten Mal. Ich würde sagen, Daumen hoch, falls euch dieses Review gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne fokussieren. Und ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Stay awesome. Eure Cicille. Ciao. Oh, hallo, freut mich, dass du immer noch da wirst und das Video bis zu Ende geschaut hast. Dich habe ich ganz besonders lieb. Falls du noch nicht genug von mir hast, kannst du mich auch gerne mal auf den Social Media Kanälen besuchen gehen. Und da auch ein Follow da lassen. Ich bin ziemlich aktiv auf Twitter, Insta und Twitch. Und da kann man mich auch erreichen. Hier oben findest du die Playlist zu diesem Projekt. Hier unten ist eine persönliche Empfehlung von YouTube für dich. Und hier kannst du diesen Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Ciao.